Warum sagst du das nicht eher? Ja, jetzt habe ich angemacht ihn. Okay. Aber hast du gemerkt, wir sind gleich reingekommen. Ja, muss das Gutes heißen. Aber ich glaube eher weniger. Ach ja. Es hat schrecklich, dass wir schon wieder spielen. Ich habe diesmal Lokale zur Haus gewählt. Okay. Vielleicht deswegen. Warum tun wir jetzt eigentlich schon aufnehmen und keine Ansage? Ja, weil... Vielleicht das Video kommt. Wieder so ein bisschen. Nee. Bei mir kam nichts. Doch, doch, doch. Da kam ja was. Aber ich glaube, ich habe das weggesnackt. Jo Leute und damit willkommen zurück zu Left 4 Dead 2. Flash sollte eine Ansage machen, hat er aber nicht. Sollte er. Meine Waffen sehen anders aus. Ich weiß es nicht. Wie deine Waffen. Meine ja. Meine sind Minecraft-Waffen. Ach du Scheiße. Weil ich den Akne nicht wegkinder mal hab. Ich mache erstmal den Untertitel weg. Ist schon gemein, wenn ich das nicht ansage, ne? Ja, du bist Penner. Ja, du bist Penner. Nö. Das ist... Machen wir immer so. Du bist der, der die Ansagen macht. Eigentlich nicht, aber naja. Doch, ich habe dich dafür ganz doll lieb. Bei mir sind Untertitel schon aus. Ja, habe ich gerade erst ausgemacht. Hä, wo ist denn jetzt schon wieder ein Nick hin? Was macht... Der ist nur da hinten am Rumsneaken. Was nimmst du mit? Shotgun oder die MP? Ach nö. Options. Oh, Tastatur. Tastatur ändern. Kannst du wieder nicht schießen? Nö. Haben wir aber im letzten Mal auch schon gehabt. Oh, du Arme. Ich habe dich gefunden da oben. Bewohin. Guck mal, ob jemand kommt schon. Also, was sind das für Lampen hier? Solche würde ich auch mal haben, solche robusten Dinger. So, ich weiß aber nicht, wo es lang geht. Straight ahead. Du musst die Waffen erstmal so nehmen, wo ich die hier hab. Und ich stelle das später da wieder aus. Ach du. Habe ich vergessen. Ah, guck mal. Warum ist Nick da drüben? Weiß ich nicht. Ach Mist. Was? Bei mir sehen die auch aus wie Zombies. Geil. Also Minecraft Zombies, ne? Naja, versteht sich schon. Das ist halt dieses Mal Spaß. Hey, du kannst besser treffen, weil du die besser siehst, jetzt. Oh. Guck mal. Weggepackt. Wow. Ah, wenn schon hier 3. Wow, kommt jetzt aber mal leer. Ja, das sage ich ja. Wow. Hey, was war das denn jetzt gerade? Hm, keine Ahnung. Achso, bestimmt wegen dem Slime. Das ist, weil ich nicht ausgeschaltet hab. Ja, weiß ich, kann das immer noch, oder? Ich hab die immer noch drin. Mach die doch weg. Kann ich nicht ausschalten. Und ich muss auf den, oder? Warte mal. Option. Ne, das geht nicht. Guck mal irgendwo bei Videos oder Audio. Hatten wir ja bei Audio auch mit den Untertiteln, ne? Ja, ne, ich hab das wegen den extra Addons an. Deswegen. Achso. Na gut. Ist ja auch eigentlich scheißiger. Hauptsache die Zombies die Köpfe fliegen. Ja, ne? Boah, alter. Ja, Roodjell, natürlich mal wieder. Pass auf, wo du hinziehst. Oh, nur weil er meine Nacht geladen hat. Wüsste ich ja echt. Ich komme jetzt alle auf mich. Die wollen alle zu mir. Oh, hinter mir. Geh runter, das ist mein Auto. Sie sind ganz schön groß hier. Geh runter, das ist mein Auto. Sie sind ganz schön groß bei mir gerade. Was sieht Zombies dort? Ja. Keine Ahnung. Aber dieses ist jetzt was anderes. Es ist natürlich jetzt lustig eigentlich, ne? Ja, das sieht lustig aus. Man sieht echt komisch aus, das ist wirklich so. Was mehr Zielweite. Also mehr Angriffsfläche. Ja, aber ob das genauigkeit auch dazu zählt, keine Ahnung. Guck mal, dass ein Auto das Licht anhat. Ich weiß, ich habe es schon gesehen, aber das ist mir viel zu verdächtig da. Wo? Hinter uns! Boah, Nick ey. Und wieder auf Deutsch. Oh, Schleim. Ja, und wieder auf Deutsch, wir hätten wir nicht einen englischen Server daherkommen. Ja, ist aber egal. Ich bin Jukes. Ach, guck mal, hier sind Waffen, ne? Oh, jawoll. Also es sind nicht alle Waffen so, nur ein paar verschiedene. Und ich wollte die haben. Ein Tank. Autsch, du Misty. Ja, wie lange braucht man denn zum Nachnamen grad? Knall den Fettarsch ab! Knall den Fettarsch ab! Das war auch geil. Boah, bin ich geflogen eben. Nimm die hier wieder. Dankeschön. Hunter auf Alice! Ja, das ist auch voll der komische Name, Alice. Alice im Wunderland. Hunter! Hunter! Nee, Hunter der Jockey. Das ist ein Hunter, aber das. Hunter. Ach, ein Jockey, doch. Siehst du? Wow, jaja. Autsch! Die Gismiss für oben, direkt auf mich. Ja, auft, ab ihr Viecher! da kommt noch einer und noch mal nachladen und direkt weiter nicht dass sie uns wieder irgendwie eine quere kommen meinst du so fatter boomer so diesmal auch fünf kapitel also fünf szenen in einem kapitel vor drei und ich glaube ich irgendwie passt das mit dem mit der brücke auch nicht oder weil gerade war irgendwie sagten sie aus dem einkaufszentrum raus voll komisch hier eigentlich splitter tot boah was haben wir denn hier drinne kettensäge und können sie auch köpfen und erfolge kriegen ich weiß aber vorher erledigt die kettensäge massaker also nicht damit ohne witz also du hast jetzt meine pistole aufgehoben deine auch egal na jetzt hast du zwei ist ja egal ja ich habe zwei zwei waffen ja habe ich gesehen was von ihrer flamengo ich habe ihn hörst du das wo ist er was auch hinter dir aus nein porti dort war nur auf die fresse ja ich könnte mich mal direkt wieder weil wir party time hatten da ist die lichter aus erledigen können aber leider hatte ich nicht nachgeladen tut erst mal heilen ob sie ein paar bandagen um einfach nur drum binden und alles ist gut ist klar können wir ich will es wieder machen das war ja was ich noch machen werde hier noch mal munition sammeln ja ich kann auch noch gehabt und dann sagt man glaube ich hochgehen ich glaube oben ist was mir eher ein boomer jetzt kommen sie hinter uns hinter uns ja 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 das ist immer nicht nicht wo wird denn hergezogen klar aber ich glaube wir müssen hier lang ich gehe direkt hier mal durch weiß ich nicht ne mono monotov das fiel hat mich voll erwischt ich meine güte aber gerade krieg ich sie aber irgendwie alle dran ja weil du doof bist